Mois ihr Lieben und herzlich willkommen in der VfB hat den Neuzugang. Maximilian Mädelstedt verlässt Hertha BSC und wechselt zum VfB Stuttgart. Das kommt der Verein gestern bekannt. Der 26 jährige kommt zum VfB Stuttgart. Linksverteidiger von Hertha BSC Berlin. Lieber Maximilian, ich wünsche dir beim VfB alles Gute. Du bist herzlich willkommen und freue mich, dich im VfB-Träger sehen zu können und hoffe, du gibst alles für diesen Verein. Für die Stadt, für die Fans und ich als VfB-Fan heiße dich beim VfB. Herzlich willkommen und auf eine schöne Zusammenarbeit hier bei VfB. Und ja, hier oben in der Infocard ist das letzte Video verlinkt. Seht gerne aus, haut rein, peace out und so.